. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Jedenmal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz, den ich besuche für deinen Keks. Wie heißt er? Itay. Das ist meine Frau. Und was passiert, wenn sie es rausfindet? Das passiert mir. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Ich darf ja eigentlich nicht darüber sprechen. Es gab einen Unfall in Jerusalem. Ohren ist gestorben. Ich habe mich gefragt, ob ich ein Worker hier brauche. Die Kucke hast du gemacht, sie sind sehr gut. Du magst sie? Ich würde sie in der Café verkaufen. Ow! Your husband, he died, right? You know my son? I'm sorry, I didn't know your son. She doesn't want you here, we don't want you here. I can go. Was hast du gemacht? Ich habe sie geküsst. Ihr. Und was hast du dann gemacht? Liebe. Let's do that. Ich habe sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Ich bin ENDSages sein. Ich habe sie. Ohgov. Untertitelung des ZDF, 2020